Hallo liebe Fahrtfinder vom DPSG seit Lücker Stamm in Rheinhausen. Wir alle, wir die Kammer Riders und ganz besonders natürlich Jens und ich, wollen uns nochmal auf diesem Wege ganz herzlich bedanken, dass ihr den Spendenlauf, die Spendenfahrertour heute durchgeführt habt. Und bedanken uns mit einem einfachen Kammer Riders. Unterwegs für Kinder! Untertitelung des ZDF, 2020